Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Vielleicht haben sich einige von euch gefragt, ob Christen der sogenannte Ostern feiern sollte. Oder vielleicht sollten wir es eigentlich lieber Auferstehungssonntag nennen. Das wäre angemessener, finde ich. Zunächst müssen wir den Unterschied zwischen den heidnischen Osterfests erkennen und es mit dem vergleichen, was wir eigentlich feiern sollten. Nämlich der Auferstehung unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Was ist also mit Ostern? Wie immer versucht der Teufel, ein wichtiges christliches Datum zu kopieren und die wahre Bedeutung des Auferstehungssonntags zu scherstören. Er nennt es Ostern, aber wir werden der Sachbarheit klarstellen. Schauen wir uns an, was die Welt darüber sagt und dann gehen wir zu dem über, was die Bibel sagt und warum wir den Auferstehungssonntag feiern sollten. Die Ursprünge vom Ostern liegen im Dunkeln. Es wird aber oft angenommen, dass der Name Ostern von der heidnischen Figur des Namens Ostara oder der Ostere stand, die von den Sachsen Nordeuropas als Frühlingsgöttin gefeiert wurde. Die Theorie zur Folge war Ostara die Göttin des Ostens, wo die Sonne aufgeht. Ihr Symbol war der Hase, ein Symbol der Fruchtbarkeit und zur Ehren veranstaltete die Sachsen während der Frühlings-Tage- und Nachtgleiche ein Fest namens Istere. Diese Theorie der Ursprung über den Ursprung von Ostern ist jedoch höchst problematisch. So, beginnen wir bei Wikipedia. Wir haben da Eostrei, Eostrei glaube ich, eingegeben. Und das sind unsere Ergebnisse. Wir haben Eostara, eine Weiterleitung von Eostrei, anglos-sachsischen Ursprung, den haben wir Ostern. Es hat Ostern angezeigt, das werden wir auch ansehen. Es gibt einen keltischen Zusammenhang von einem Münch namens Beda. Und er hat auch irgendwie was mit Eostra zu tun. Und es muss sich irgendwie alles zusammenhängen. So, das schauen wir uns gleich noch mal an. So, hier haben wir die Seite von Ostara. Und bitte vergib mir meine Lesequalitäten, meine Augen sind nicht mehr die beste. Okay. Dieser Artikel befasse ich mit den Götten Ostara. Zur anderen hier Bedeutung sehe Ostara. Ja. Ostara ist von Jakob Grimm. Jakob Grimm, philologischen Vergleich, hergeleitete Namen für eine vermutete germanische Frühlingsgöttin. Als Quelle bezog sich Grimm dabei auf den anglos-sachsischen Mönch und Kirchenhistoriker Beda. Und da ist er, Beda Vernavelis. Er war ein anglos-sachsischer Benediktor, Theologe und Geschichtsschreiber. Sein Hauptwerk gilt der Kirchengeschichte des englischen Volkes. Er wird in der katholischen Kirche den Orthodoxen. Der Herkunft des Wortes Easter, also das ist die englische Wort für Ostern, und diese Seite schauen wir uns auch noch einmal an, mit der früheren germanischen Göttin namens Eostre erklärte. In der Romantik fand Grimms Annahme eine österreichische Anklang, starken Anklang, würde sie da oft für die Erklärung von Osterbrauchen herangezogen und fand so bis in die jüngste Vergangenheit Eingang Lexika und hier Schulbücher. In der Fachwissenschaft ist die Annahme einer germanischen Ostara schon länger umstritten und wird in der Regel abgelehnt, wobei meistens ohnehin schon sehr problematische Namensform diskutiert wird und weniger die generelle Kult über die germanischen Frühlingsgöttin. So, und hier haben wir Beda, haben wir gerade gesehen. So, es hängt zusammen mit Beda, dieser Mönch. Sein Werk, De Temporum Ratione, eine Zeitschrift zur Terminierung des Osterfestes nach der römischen Kirchentradition und entweder Praxis oder irdisch-schottischen Kirchentradition. Die Herkunft des Wortes Ostern-Beda nannte als Vorlage des Monatsnamens der einer Göttin Eostre, die von Eostre Monat April und seinen Namen verliehen haben sollen. Das muss mit der Pasha-Mals, Pasha, Pasha, Pasha-Lisheit zusammenhängen. Die Existenz dieser Göttin wird von vielen Wissenschaftlern jedoch bestritten oder zumindest stark angezweifelt, dass ein bedeutendes Frühlingsfest bei den Germanen mit einem bestimmten Gottheit verbunden gewesen sein muss, liegt zwar nah, allerdings lassen sich nur schwerlich Aussagen darüber machen, mit welchen Inhalten dieses Fest verbunden war. So kam das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens zum Jahr 1935 zum Schluss. Wenn schon eine anglisatische Eostra auf schwachen Füßen stand, hielt die Forschung erst recht eine deutsche Göttin Eostra für nicht nachweisbar. Eostra konnte sich aber daher auch einen einfacher und einen österlichen Beinamen für eine ansonsten anders genannte Göttin wie Freya. Wow. Okay, eine Parallele dazu findet sich im Beinamen Julinir für den Gott Odin, der Wahrscheinlichkeit mit dem Julifest in Verbindung steht, Da Beda ansonsten die einzige Quelle für eine Göttin Eostra ist, nehmen viele Forscher eine Erfindung Bedas in der Tradition der Etymologie Istor von Sivilas an. Andererseits geht Beda Venables als erster zuverlässiger hier Chronist der englischen Geschichte. Zudem stellt sich die Frage, weshalb Beda den Monatsnamen einer Göttin erfinden sollte, der er ohnehin unbenennen wollte. So, hier geht es weiter mit Grimm. Das müssen wir nicht anschauen. Schauen wir uns jetzt, was das Wikipedia sagt über Ostern. Okay, ich habe diesen Artikel gefunden aus der Welt, also aus National Geographic kommt das. Und wir werden das ein bisschen mal anschauen, wo die Glauben dieser Tradition herkommen. Okay, seit Jahrtausenden fallen Christen hierzulande das Osterfest mit bunten Ostereilen am Besuch der Osterhase. Doch woher kommen diese bekannten Traditionen überhaupt und wie viel haben sie mit den religiösen Ursprüngen des Osterfestes zu tun? So, wir haben ein schickes Bild. Ob nachgestellte hier Kreuzigungen oder sanfte hier Schläge mit einem Weidenruter im Laufe des Jahres haben die Oster teils skurrile Brauche durchgesetzt, die doch oft damals zu Lande unterscheiden. In Deutschland zählen zu der bekanntesten Traditionen für einiges Farben, Bemeilen und Verstecken von Eiern in Küchenlammform, Osterhase, Ostersonntaggeschenke bringt. Doch diese Praktiken überhaupt noch etwas mit christlichen Ursprüngen zu tun? Nein, also sage ich, ist heidnisch. Okay, warum sucht man die Ostereier? Ein klassisches Beispiel für die Verschmelzung religiöser Traditionen mit Traditionen die regionale Naturregion. Deshalb unterscheiden sich die Osterbräuche auch nicht in einzelnen Ländern, sondern auch regional innerhalb dieser Trotz des gemeinsamen christlichen Ursprungs des Osterfestes, kulturelle Prägung, religiöse Deutung und die Entwicklung von Brauchtum gegen Hand in Hand, sagen die Theologen Diana Freyat. Ganz zentral ist dabei die Verbindung zwischen Ostern und Frühling, der Naturregionen schon seit Jahrtausende lang mit Neubeginn und Fruchtbarkeit assoziieren wird. Der gemeinsame Raum wird kulturell von heidnischem Frühlingsfest mit Frühlingsgüttern, und das haben wir schon vorhin gesehen, in Aostra, vorgeprägt. So, und habe mehrgeblich zur erfolgreichen Inkulturation des Osterfestes beigetragen, welches ist, das jüdische Pascha-Fest entwickelt hat, das im jüdischen Frühlingsfest Monats Nissan stattfindet, im Gregorischen Kalender, ja, bei uns ist das dieses Jahr April. So fielen die osterliche Idee des Neubeginns durch die Auferstehung Jesu und des Seitpunkts des Festes auf fruchtbarem Boden. So haben sich letztendlich auch in Deutschland bekannten Elemente des Osterbräuchers wie Ostereier, Osterhase ergeben. Auch sie stehen in vielen Kulturen von Neubeginn und Fruchtbarkeit. Warum werden sie gefärbt? Bunt gefärbt werden unsere Ostereier heute wohl aus mehreren Gründen. Einerseits so freier gab es einen koptischen, christlichen Früh, den Brauch sich Eier zu beschränken, den Befärben zeichnen für das Blut Jesu. Außerdem gäbe es unter sorbischen Christen und Christen die Tradition Ostereierreich zu verzieren. Sie begründen ihre Tradition unter anderem damit, dass es am Karfreitag verboten war zum Arbeiten und sie seiteben nutzen, um Eier zu färben. Okay. Und was ist mit der Osterhase? Okay, wer ist der Osterhase? Osterhase gibt es gleich mehrere Theorien. Beispielsweise stand der Hase frühensymbolisch für Jesus und könnte so Einzug in unsere heutigen Osterbrauche gefunden haben. Der Hase hat keine Augenlider und mit offenen Augen schläft. Oh Mann. Wird ein Symbol für Jesus Christus gesehen, der den Tod überwunden hat. Und Ostern, was für ein Blödsinn. Okay. Möglicherweise spielt auch beim Hasen die Symbolik des Neubeginns eine Rolle. Ich glaube, wir müssen nicht weitermachen. Wir haben gesehen, dass die Hase symbolisch mit Oostra zu tun hat. Also die liegen hier eindeutig, also die Freier, die liegt hier eindeutig falsch. Laut Freier, ja, macht die Symbolik des Osterlamms auch die Verbindung mit der Ostertages- und Peschafes deutlich. Bei diesen gedenkten jüdischen Regionen zur Befreiung eines Volkes aus der ägyptischen Sklaverei. Der Auszug aus Ägypten, also die Exodus wäre es dann. Und wenn wir die Bibel gleich anschauen, das Wort Ostern, werden wir gleich sehen, dass es damit zusammenhängt. So, hier sind wir bei God Questions, heißt diese Seite. Obwohl der ziemlich kalvanistisch oder Lordschaft eingestellt ist, manche Fragen können die beantworten. Okay, was ist der Ursprung von Ostern? Nach dieser Leute. Der Ursprung von Ostern geht zurück auf alte Bräuche. Der Name Ostern soll von einer heidnischen Göttin namens Ostrara abgeleitet sein. Der Frühlingsgottheit der Germanen. Also anscheinend kommt Ostern irgendwie aus Deutschland. Zu Tag und Nacht gleich im Frühling feierte man ihr Ehren zu einem Fest. Das irdische Symbol des Ostrara war der Hase, der für seine Fruchtbarkeit bekannt war. Dazu gab es verschiedene heidnische, teilweise äußerst böse Rituale, die zu diesem Fest praktiziert wurde. Heute ist Ostern ein durch und durch kommerzialer Festtag, an dem Ostereier und der Osterhase die Überreste des Götzendienstes im Mittelpunkt stehen. In christlichen Glauben ist mit Ostern das Fest der Auferstehung Christi drei Tage nach seiner Kreuzigung gemeint. Es ist eine der ältesten christliche Feiertage aufgrund der Bedeutung der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und der wichtigste Tag im Kirchenjahr. Das stimmt. Auf diese historischen Ereignisse gründet sich das Christentum. Der Ostersonntag geht die Fastenzeit voraus, eine 40-tägige Zeit des Fastens und der Büße. Sie endet in einer Osterwoche und danach folgt die 50-tägige Osterzeit, welche sich als Pfingsten erstreckt. Und das ist mein Lieblingsfest, Pfingsten, Heil, Holy Ghost. Wegen der Kommortionalisierung und der heidnischen Wurzeln von Ostern ziehen viele Gemeinden die Bezeichnung Auferstehungssonntag vor. Je mehr wir den Fokus auf Jesus richten und je weniger das heidnische Fest, desto besser. Wie gesagt, die Auferstehung von Jesus Christus ist das zentrale Thema des Christentums. Ohne Auferstehung ist unser Glauben nutzlos. Das ist wahr. Können wir einen großartigen Grund zu feiern haben? Wichtig ist, den wahren Grund hinter unseren Feiern im Auge zu behalten. Weil Christus auferstanden ist, können wir ewiges Leben haben. Römer 6,4 Ja, stimmt. So. Lass uns ein bisschen Bibel machen. So, last but not least Wikipedias Beschreibung von Ostern. Mal sehen, ob wir das ein bisschen größer kriegen können. Hier. Das ist besser. Okay. So Ostern Griechisch Paksha und in Hebräisch Pesach oder Pasha Ja, Pesach oder Passa oder Passa oder Pasha genannt, gehören die wichtigsten Festen des Judentums. Das wäre der jüdische Fest Pasha natürlich. Wir nennen es Ostern oder die Deutschen haben es Ostern genannt. Die Engel nennen es Easter. Und wie wir gesehen haben, kommt das von diesen heidnischen Göttern. Das ist wie wir das hier heutzutage in in unserem Jahrhundert feiern. Okay. Feiern die Christen das Fest der Auferstehung Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. In der alten Kirche bis zum vierten Jahrhundert wurde Ostern im römischen Reich zunächst unter den Griechen begangen und zwar in der Osternacht der Nacht vor dem Ostersonntag als Einheit von was kann ich nicht sagen ich habe noch kein Griechisch gelernt richtig Leiden und Auferstehung seit der Anerkennung der damals schon jahrhunderte alten Region durch den römischen griechischen Imperter Konstantin von denen haben wir alle gehört der hat die katholische Kirche glaube ich ja der hat die katholische Kirche hier gegründet okay entschuldige meine Schnupfen hier ich bin schon wieder erkältet okay wurde das höchste Fest im Kirchenjahr als dreitägige als Dreitagfeier Tridum Sacrum oder Tridum Pauschale hier historisch entfaltet der Gottesdienst Dienste erstrecken sich daher seitdem in den meisten Lituriken von Feier des letzten Abendmahls Runddonnerstag Abend über den Karfreitag mit Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu und der Karsamstag den der Tag der Grabsruhe des Herrn bis zum Anbruch der neuen Woche am Ostersonntag Sonntag der Auferstehung des Herrn okay mit dem Ostersonntag beginnt der österliche Freudenzeit Osterzeit die fünf Tage bis einschließlich Pfingsten andauert im Mittelalter entwickelte sich aus dem ursprünglichen Tridum ein separates Osteridium das die ersten drei Tage der Osterklav von der restlichen Feierwoche abhob später wurden dieser arbeitsfreie Zeitraum verkürzt bis nur noch der Ostermontag als gesetzlicher Feiertag erhalten blieb okay dann geht es weiter in Mythologie Mythologie und 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 ich glaube wir haben es raus die Ursprung von Ostern ist heidnisch also wie wir es feiern wie die meisten es feiern mit Eier und Osterhase das kommt aus dem Heidentum und wir nennen es Oster also hier Auferstehungssonntag und das ist es was wir gedenken soll die Auferstehung von Jesus Christus das ist das wichtigste und jetzt gehen wir endlich mal zu die Bibel die Bibel erwähnt das Osterfest direkt nicht und geht daher nicht direkt auf die Frage ein ob Christen Osten feiern sollten Passagen wie Kolosser 2 16 1 Korinther 10 23 durch 33 und Römer 14 5 sind aufschlussreich bei der Entscheidung ob wir Ostern feiern sollten und wie wir dabei vorgehen sollten so endlich kommen wir zum was Gutes Paul schreibt hier Kolosser 2 16 und er schreibt über die Gefahr von falschen Lehrern die von Christus ablenken ok Vers 16 so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmte Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate die doch nur ein Schatten der Dinge sind die kommen soll wovon aber Christus das Wesen hat lasst nicht so dass irgendjemand auf dem Kampfpreis bringt um den Kampfpreis bringt in den er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt die er nicht gesehen hat wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält um den Haupt um den es der aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in den von Gott gewirkte Wachstum Paulus will hiermit sagen lasst euch von niemandem sagen was ihr essen sollt was ihr trinken sollt wegen bestimmten Feiertage oder irgendwelche Sabbate oder Neumund Feste Wir Christen sind frei das zu feiern was wir wollen solange wir es tun im Namen Christus und in Dank dass wir dankbar sind dafür Okay gehen wir zur nächsten Passage Okay Römer 14 und hier nehmen wir den Kontext also fangen wir von Vers 1 an Römer 14 Nehmt auch den ohne Vorbehalte an dessen Glaube schwach ist und er meint bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen verwirrt ihn nicht noch dadurch dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet so essen die einen guten Gewissens alles während andere glauben kein Fleisch essen zu dürfen niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen die bestimmte Speisen meiden diese wiederum dürfen niemanden verurteilen weil er alles ist denn Gott hat jeden Einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen du bist nicht der Herr des anderen mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt ist eine Sache zwischen ihm und Gott seinem Herrn und er wird im Glauben fest bleiben denn der Herr hält ihn für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung für andere wieder sind alle Tage gleich jeder soll so leben dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet der will damit Gott den Herrn ehren und wer alles ohne Unterschied ist der ehrt Gott auch denn im Gebet dankt er ihm für das Essen Meidet aber jemand bestimmte Speisen dann tut er es aus Liebe zu Gott und auch er dankt Gott im Gebet und er weist ihm dadurch die Ehre niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst leben wir dann leben wir für den Herrn und sterben wir dann sterben wir für den Herrn ganz gleich also ob wir leben oder sterben wir gehören dem Herrn diese Passagen weisen eindeutig darauf hin dass Christen in fragwürdigen Angelegenheiten große Freiheit haben etwa bei die Einhaltung bestimmter Feiertage oder den Verzehr verschiedener Lebensmittel so ich habe euch gesagt dass das Wort Ostern tatsächlich in der Bibel vorkommt einmal nur und es ist in Apostelgeschichte leider gibt es den Strongs nicht bei die deutsche Version hier sind wir in der deutschen Luther und wir sind in Apostelgeschichte 12 es geht um hier Peter und Jakobus und Johannes um diese Zeit legte König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde sie zu peinigen er tötete aber Jakobus den Bruder von Johannes mit dem Schwert und da er sah dass es den Juden gefiel fuhr er fort und fing Petrus auch es waren aber eben die Tage des süßen Brote da er nun griff legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Rotten je von vier Kriegsknechten ihn zu bewahren und gedachte ihn nach Ostern den Volk vorzustellen so für dieses Wort müssen wir zu den Englischen gehen damit wir den Griechischen kriegen wo das vier hier ist Easter in Englisch ist Easter gehen wir zu den Griechen und sehen wir was das war dieses Fest ein bisschen langsam heute Pasha da haben wir es doch Pasha und dieses ist ich habe meine Übersetzung bei dem Euro jetzt habe ich den nicht mehr also machen wir das anders der Pasha machen wir das anders da haben wir das Osteropfer das früher für die Befreiung des Volkes aus Ägypten dargebracht wurde das Osterlamm daher das Lamm das die Israeliten am 14. Tag des Monats Nisan nach dem ersten Monat ihres Jahres zu schlachten und zu essen pflegten in Erinnerung an den Tag an den ihren Vätern der Auszug aus Ägypten geboten wurde von Gott ein Lamm zu schlachten und zu essen und ihren Türpfosten mit seinem Blut zu besprengen besprengen damit der vernichtende Engel der das Blutsal über die Wohnung hinweg gehen könnte der das gekreuzigste Christus wird mit den geschlachteten Opfer Opferlam verglichen das Ostermal das Osterfest das Paschafest das von 14. bis zum 20. Tag des Monats Nisan andauert so wir können deutlich erkennen dass Ostern tatsächlich vorkommt in der Bibel okay Christen sollten also Ostern so weit wie möglich zur Ehre Gottes und mit Dankbarkeit feiern diejenigen die davon überzeugt sind dass Ostern ein feste heidnische Götin ist oder dass es irgendwie die Götzen einer gottlosen Gesellschaft ehrt können von Osterfeierlichkeit Abstand nehmen diejenigen die sich frei fühlen Ostern zu feiern deren Feier aber für einen anderen Gläubigen ein Problem darstellen könnte sollte ihre Freiheit nicht zur Schau stellen deswegen jetzt nochmal Römer 14 5 für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung für andere wieder sind alle Tage gleich jeder soll so leben dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet der will damit Gott den Herrn ehren und wer alles ohne Unterschied ist der ehrt Gott auch denn in Gebet dankt er ihm für das Essen meidet aber jemandem bestimmte Speisen dann tut er es aus Liebe zu Gott und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stört für sich selbst leben wir dann leben wir für den Herrn und sterben wir dann sterben wir für den Herrn ganz gleich also ob wir leben oder sterben wir gehören Ostern bedeutet schließlich dass es Hoffnung für uns gibt wie Jesus sagte weil ich lebe werdet auch ihr leben wie steht in Johannes 14 19 Ostern ist ein christlicher Feiertag und christliche Feierigkeiten konzentrieren sich auf die wahre Bedeutung von Ostern die Auferstehung Jesu Christi Aufgrund der Kommerzialisierung und der möglichen heidnischen Herkunft von Ostern nehmen wir es lieber Auferstehungssonntag genau wie Weihnachten hatte Teufel die christlichen Feiertage pervertiert um zu versuchen die Welt zum Götzendienst zu verleiten in denen die Osterhasen den Weihnachtsmann und so weiter verwendet wenn wir als Christen auf die Osterzeit zugehen sollten wir darauf achten Gott all die Ehre und all das Lob für das zu erweisen was er getan hat um uns zu erlösen wir konzentrieren uns Ich glaube ohne die Auferstehung Christi vergeblich ist wie wir sehen in 1. Korinther 15 17 Ok 1. Korinther 15 beginnen wir bei 13 Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt so ist auch Christus nicht auferstanden Wenn aber Christus nicht auferstanden ist so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden weil wir von Gott bezeugt haben dass Christus auferweckt hat während er ihn doch nicht auferweckt hat wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden Denn wenn Tote nicht auferweckt werden so ist auch Christus nicht auferweckt worden Ist aber Christus nicht auferweckt worden so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in eurer Sünden denn sind auch die in Christus entschlafenen verloren Gibt es einen schöneren Grund zum Feiern ob wir es Ostern oder Auferstehungssonntag nennen wichtig ist der Grund für unsere Feier nämlich dass Christus lebt und dass das ewige Leben ermöglicht Römer 6 4 Ok Römer Kapitel 6 Hier wird von einer Taufe gesprochen Das ist nicht der Wassertaufe hier gemeint sondern der Taufe durch den Heiligen Geist Ok beginnen wir Vers 3 Oder wisst ihr nicht dass wir alle die wir in Christus Jesus hineingetauft sind in seinen Tod getauft sind wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist so auch wir in ein neuen Leben Wandel Der Auferstehen Christi sollte jeden Tag gefeiert werden nicht nur einmal ein Jahr wenn wir uns jedoch dafür entscheiden den Ostersonntag zu feiern soll man nicht zulassen dass Götzen unsere Aufmerksamkeit von denen ablenken worum es um diesen Tag wirklich geht nämlich die Tatsache dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass seine Auferstehung dies beweist und dass uns tatsächlich eine ewige Heimat im Himmel versprochen werden kann wenn wir Jesus als unser Retter annehmen so liebe Geschwister an diesem Video habe ich euch nur gezeigt was die Welt sagt und was die Bibel sagt bei allem was wir tun sollten wir alles zur Ehre Gottes tun wir sind wirklich frei in Christus erlaube niemals dass der Teufel eure Freude stillt das war es mit diesem Video ich liebe euch alle im Herrn bis zum nächsten Mal Maranatha